Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel. Das ist aber. Heute gibts nochmal für The Forest mit der Famisius. Ja, das Bein ist fertig. Geil. Okay. Hallo. Ja. Guten Tag. Ja. Ich bin wieder am Bein fertig. Ich war immer, immer, immer. Ja, komm. Bäh. Nein. Ja, ich hab gerade gegessen und jetzt hab ich gerade mehr an das Geräte. Das ist geendet. Scheiße. Erst, Folge geht. Ich mal eine Minute. Es artet schon aus. Was ist das denn für Leid? Komm, bitte, bitte. Also, erstmal Hallo. Der, der uns noch nicht kennt, ich bin Flammerz. Ich glaube, der, der uns jetzt noch nicht kennt, hat den schon abgeschreitzt. Aber Hunde Pro. Nein, entweder Feierhund oder Zwergfarten. Ich hab, nur, dass ihr wisst, ich habe kein Bein-Fetisch. Nur in The Forest. Ja. Das kann doch bestätigen. Ich war bei dir. Ich bin, ich hab nie dein Bein angefasst. Wehe, du sagst es. Wehe. Und sie weiß, dass du dir gerade was verknallst. Was soll ich denn sagen? Um jetzt. Ich esse ganz groß. Dann ist dein Bödel Kuhn. Ich kann das schon. Immer am hetzen hier. Immer am meckerlich. Nur so am Rande, du wirst gerade komplett falsch. Gehe ich denn falsch, oder? Ich glaube, das ist außerhalb. Ich glaube, wir müssen am Stand bleiben. Ja, nur, ich rede jetzt nicht über mich. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh den Baum. Ja, ich auch. Ich renn bewusst, renn ich jetzt nicht über den Baum. Ah ja, stimmt. Ich gebe es jetzt ungern zu, bloß du hast vollkommen recht. Wehe, du machst dir jetzt einen Clip und machst dann schon, dass du komplett recht hast. Danke für die Idee. Danke. Du hättest einfach den Mund gehalten und ich dir jetzt nicht gehabt, aber. Voll schon. Ja, ist okay. Ich hole mir jetzt gerade zwei Beine. Warte mal. Ich muss das. Ich habe eine Keule. Ach, die nicht da. Die bitte. Die Frage, weißt du noch, wo genau die Höhle ist? Ich will auch hierher wegen der Höhle. Komm her zu mir wieder. Nein. Wir müssen, ich muss, ich so gerade die Höhle. Dann halt nicht. Oder was ist da? Ich wollte, wenn ich eine Teil der Höhle von der Pistole. Ach so, weil ich ja sprengst. Okay, ja, ich komme. Ich habe auch sprengst, aber ich würde, dass du dich auch so besonderst. Deswegen. Ist okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Gut, ich habe ein Volkfeld. Da, ich habe ein Volkfeld. Ja. Ich komme. Ja. Ich komme. wohin wohin ähm ich bin mir jetzt nicht sicher ähm siehst du diese Insel mit dem Schiff da hinten? ja ich müsste da mal hin wieso? der war mir noch nie die waren doch noch nie geh mal gleich mal hin ich weiß nicht ob man das auch hier braucht aber ich will mal hin geh mal dann in meiner Folge zu dieser Hülle ist okay eine Frage was soll ich jetzt hier? hinten im hinterm Baum ist dieses Loch wo ist das Teil drin? los wo ist da ein Loch? ein Baum nicht Loch aber es ist eine Einkerbung hinten rechts ein Baum hinterm Baum ach so ja ähm da ist nichts da muss hinterm Baum gehen ja ich bin in meinem Baum ja da ist nichts warte ich kommt guck mal du gehst beim Baum richtung knippe okay aber du gehst rechts vorbei beim Baum ob nicht links oder rechts okay ja ich sehe die Einkerbung da ist nichts drin wie welches Teil welches Teil hast du schon? ich habe so alte Pistole Teil Teil 3 von 8 nur 3 von 8 ja ja du hast 3 Teile von 8 das steht da ja wie kann das sein? 2 von 8 da steht ja Teil 3 von 8 es ist ein Item wo das drauf steht ich du musst du musst du musst du musst auf den Berg ja ok oh gott es geht es geht nicht unter schregen oh jemand ist in Flussbaum oh doch doch ja wersinn ist mir wurscht äh wow bitte das billige wort ok ja ich wollte das billige ok nein oh oh ich kann na ruhe rennen wir mal weiter wo rennen welche nicht ach so sind aber sogar einige nicht nicht einfach holz abonnen ok hilfe wieso folgt der mir weiter nicht sie rufen verstärkung wurscht ich will das boot haben ich kann so viel verständnis wollen weil ich bin auch schwierig ja wenn wir aufs meer sind dafür müssen wir aufs meer wurscht wuii wurscht 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 erst wir sind nicht in 7 days wo es mit bären aus einfach einen einfach das ist ein sehr fettes teil dass sie mir nein 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 hilfe renn zum schiff für künftig von aber warum noch stücke also die stücke sind für die ach so für unsere base wo bist du hier oben ja komm ich komm doch schon äh äh nicht auslaut eine sekunde dachte ich du bringst das jetzt und fährst einfach los ohne mich äh hilfe ich komm nicht drauf hier willst du mich verraten der stelle 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 ich muss mal nichts machen ich kann nicht mal essen scheiße mein essensteig geworden ja ich hab keine ahnung was hier geht äh hilfe ja geradeaus hoffentlich ja hau ab wer weiß wie es richtig gut dazu passen wird ich mach mal eine folie auf dem floß ok das ist nicht mal ein bisschen ich hab keine stecke war da danke danke mein jung feuer auf dem floß ist dann ne super idee oder oh ja ja müssen wir links ich sehe auch nichts es ist dunkel es ist ja müsste hallo ich brenne so jetzt nehmen wir extra hin wir haben eine folge verbraucht ich hoffe dass da auch wirklich was ist und warum und die anders was an die die waren im boot gestecken die waren hier gestecken hier ja ich sterbe gerade weil ich erfriere zwei armbussbolzen her gefahren hier siehst den grapflopfen die nicht ja ich sehe es irgendwo gibt es hier rein was ich weiß das ist ein stein war es auf den zimmer auch außerhalb war nur irgendwo hier und das ist ein stein Könnt ihr was jetzt auf einer Nebeninsel war? Ich wünsch mir Glück bitte, wenn es geht. Was stellst du an? Ich schwöre mich, dass du so nahm insel. Ich kaffte insel aber. Was ist das? Ich habe mir Zeit. Ich habe einen Plan. Was ist das? die blätter überstecker kann es sein dass sie wirklich gar kein plan muss ja ich weiß irgendwo hier war eine höhle aber wo kann ich jetzt nimmer sagen wie ist der plan einer suchen 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 das weitere problem ist ich kann das spiel nicht speichern und um zu speichern ich bin auf einer einzelnen insel ja alleine na gut es war ja schon davor jetzt hast du jetzt haben wir uns noch verkleinert super nein nein ich habe noch die schwimm animation obwohl ich auf linze bin und ich habe mich gerade in den stein reingepackt hilfe ich jetzt ja ich habe ich habe nichts raus geschafft ich dachte schon dass ich jetzt ertrinke es wäre ein sehr trauriger tod gewesen du hättest mich nicht befreien können so jetzt muss hannah wird weiß das gleich ich weiß nicht ob man das tauch kriegt braucht du nicht ich war hier drauf in meinem gesamten leben noch nicht ich habe keine ahnung du bist sicher dass hier eine höhe ist bist du dir sicher dass hier eine höhe ist ich sehe nur steine ist es im wasser oder auf der insel willst du mir damit sagen dass wir noch das ganze mehr absuchen können ich bin mal gespannt was die zuschauer dazu sagen wahrscheinlich sehe ich wo offensichtlich was ich meine ich habe mich wieder im stein geboren ja ok wozu bist du wahrscheinlich bald unter der map bin habe ich sehen warte mal ich bin so blöd sie weiß es nicht ich weiß wo sie ist ich kriege wo ich okay aber es ist nicht wirklich dumm oder wir suchen jetzt insel ab und auf einmal das das frack oder ja ich bin gespannt was die zuschauer schäumen ehrlich die ist lustig eine und deutsches an der nordseeküste an norddeutschen strand das sind die er kann ich nicht mehr das sind die aber auf der insel waren das musste ich verschleudern geschreit wer sind die mehr jungen frauen jetzt sieht er noch mehr vor leute ist der witz daran nicht war war es nicht irgendwie dass die mehr jungen vor und ich dann bei dem einkauf muss aber das hingeht fressen sie dich dann aber ich habe eine rohe oster gefunden das ist eigentlich eine griechische legende glaube ich war das dass die fahrer bieche sind von mehreren frauen hier war vorher mal gesungen aus dem gesungen das sind irgendwie sagen okay das muss alle haben die cv alle wenn es die es gehört haben haben die alten an der komplett was nicht verwirrt aber komplett besessen von der und sind dann weil die mehr sind da auch gesessen so rief ist das ist ja das geht gut kaputt und sinkt das ist immer geschwungen das ist immer reinkommen das rief so eine frage was hast du mal gesagt kann das ist aber was du hast du mir was du mit dem motto ist das gemein da ja hier was anderes ich kann sich umdrehen wir haben ein paar kleinigkeit ich werde von 20 monster jetzt nur einer da hallo nicht weg da wie lange jener folge schon 24 wollen wir dann in meiner folge in die höhle ich würde sagen das war es mit der folge wenn mir etwas sagen ich bin gespannt was für kommentare kommen werden